Schönen guten Tag. Die Linke im Deutschen Bundestag ist die einzige Partei, die sich konsequent für soziale Gerechtigkeit und für bürgerliche Freiheitsrechte einsetzt. Die Linke im Bundestag kämpft gegen die Online-Durchsuchung und für eine Demokratisierung der Politik. Denn eins müssen wir verhindern, immer mehr Menschen wenden sich ab von der Politik. Die Linke im Bundestag wird deswegen einen Gesetzentwurf einbringen, der für direkte Demokratie streitet, der Menschen direkt an Sachfragen mitentscheiden lassen will. Dass wir zum Beispiel bei einer Bundestagswahl auch gleichzeitig über eine Sachfrage entscheiden können, damit die Menschen merken, sie geben ihre Stimme ab und ganz konkret verändert sich was. Dafür steht die Linke im Bundestag und sie steht dafür, dass nur soziale Gerechtigkeit gleichzeitig auch individuelle Freiheit sichern kann. Denn nur wer vernünftig abgesichert ist, kann zum Beispiel an einer Demonstration teilnehmen. Wir sind der Meinung, dass soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheitsrechte zwei Seiten einer Medaille sind. Dafür steht nur die Linke im Bundestag. Musik Gerechtigkeit und persönlich